Immer diese verdammten Brassen am Windenbach. Da stehst du am Windenbach, willst schön die kleinen Fische rausziehen und zack, zack, zack hast du immer diese ollen Brassen dabei. Manchmal bis zu zwei Kilo, drei Kilo auf feinem Setup. Geil! Wir gehen heute auf Brasse. Also nutzen wir doch die Möglichkeit, wenn doch hier die dicken Brassen reinballern, diese ollen Beifänger, die man gar nicht haben will oder hier diese Schäppigen. Und heute mal gezielt auf Brasse. Einfach mal gucken, ob da noch ein bisschen was geht. Also raus mit den Brassenküdern, raus mit der Brassenfutter-Mische und raus mit Brassen-Setup. Kann man das machen unter Level 12? Wird schwierig. Kann man testen. Ich teste auch gleich noch verschiedene andere Köder. Ab Level 16 ungefähr. Durchaus realistisch. Warum ab Level 16? Weil man Quarkteig im Idealfall verwendet. Mit Quarkteig hat es zuletzt ganz gut funktioniert wohl. Und so teste ich das auch hier. Also Windenbach und Brasse. Was ich wie gesagt auch noch testen werde, sind die klassischen Brassenköder. Zumindest vielleicht gleich nochmal Perlgraupe oder Erbsenbrei nochmal mit reinnehmen. Übrigens, wenn du Fragen hast, wie Brasse, da nochmal ins Video reingucken. Da gibt es alle Infos zu Brassen. Brassen an der alten Festung natürlich hauptsächlich. Welche Köder, welche Spots, was ist wichtig, wie soll das Setup aussehen und so weiter und so weiter. Also komplett Info zur Brasse. Ja, jetzt hier an der alten Festung, jetzt hier am Windenbach, sollte das auch gehen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was geht. Wir müssen natürlich warten. Es ist jetzt erst 21 Uhr. Es wird so langsam dunkel. Und die Brasse ballert halt in der Nacht rein. Und da würde ich sagen, das ist schon fast so ein kleiner Nachteil. Es wird relativ spät dunkel hier. An anderen Gewässern ist es schon mal ein bisschen eher dunkel. Und hier braucht das tatsächlich ein bisschen länger, bis es richtig dunkel wird. Aber ich hoffe, dass dann in der Zeit hier trotz allem noch ausreichend Brassen reingehen. So, jetzt ist hier gerade die letzte Futtermische rein. Gleich direkt nochmal Futtermische nachmachen. Ich verwende Standard-Brassen-Futtermische gerade. Also nichts Besonderes. Brasse, so sieht das aus. Einfach mal anfertigen. Machen wir mal direkt noch einen mehr. Und dann direkt wieder nachlegen. 10 von 10, perfekt. Ja, und damit, na guck, da geht es auch schon direkt weiter. Damit hoffe ich jetzt gleich hier auf die dickeren Brocken. Direkt nochmal reinschmeißen. Brasse. Dann hier die nächste. Und so sieht das Setup aus. Also Fiederset Start oder ganz normales Grundsetup. Oder, naja, ein bisschen übertrieben. Fortuna Carb und HSV kann man aber auch machen. Ich bin hier unterwegs mit 7 Kilo Vorfach. Und weißt du was? Ich gebe mal hier einmal feiner rein. Denn zum einen, wir testen mal mit 4,4 oder 5,4. Einfach nochmal ein bisschen feiner und kleiner. Die sind schon mal ein bisschen scheu, die Brassen. Deswegen testen wir hier mal kleiner. 1er Haken. Schön mit einem großen Haken. Wir wollen die großen Brocken. Quarkteig als Köder. So machen wir das. Jetzt bin ich hier natürlich gerade runtergegangen. Heißt also auch runter von der Bremse. Damit mir hier gleich nicht irgendetwas abreißt. Also Vorfach ist kleiner geworden. Dementsprechend auch die Bremse kleiner wählen. Hier haben wir schon mal einen schöneren Brocken. Jawohl. So sollen sie aussehen, die Brassen. Die dunkel gefärbten. Dann macht das Bock. Und so im Bereich von 2 Kilo plus ist das dann auch kohlemäßig richtig interessant. Übrigens mit Schnurrclip das Ganze hier. Schnurrclip von nur. Hoppala. War noch nicht mal zu der Bügel. Schnurrclip von nur 8 Meter. Und jawohl. Sie werden größer. So soll das sein. Wieder Futter mischen nachwerfen. Beim Brassenangeln immer mit Futter mischen. Immer mächtig raus damit. Zack. 8 Meter. Und gib ihm. So. So kann das gehen. Das ist doch schon ganz gut. Genau. Also die ersten 6 Minuten. Und jetzt so langsam fängt es an. Ich denke mal so eine gute halbe Stunde wird das hier andauern. Bis. Gucken wir mal. Vielleicht so 6 Uhr. 7 Uhr morgens. Dann ist es auf jeden Fall auch schon wieder hell. Kann sein, dass da noch irgendwann vorbei ist. Und dann geht man wieder auf das nächste. Aber so schon mal gut. Es zuppelt und es zuppelt. Gerne alles mitnehmen. Gleich wie gesagt. Auf jeden Fall nochmal einen anderen Köder testen. Gucken wir mal. Vielleicht hier. Oh jetzt müssen wir hier ein bisschen hoch. Hier ist jetzt gerade nur 5 Kilo Vorfach dran. Und dann auch die nächste mit einem Kilo. Nächste Watt. Hier lassen wir das nochmal so draußen. Jetzt nicht gehakt. Schnell wieder abstellen. Hier passiert die ganze Zeit gar nichts. Dann wechseln wir hier jetzt gerade mal eben. Die Einzelhaken bleibt. Vorfach bleibt auch. Hier gehen wir erstmal auf Perlgraubenbrei. Perlgraubenbrei. Absoluter Klassiker. Einer der ersten Köder, die man herstellen kann. Also herstellen. Und wie auch schon im Tutorial gesagt. Wenn man noch nicht Brassenfutter herstellen kann. Wenn man den Futtermische Skill noch nicht so weit hat. Dass man Brassenfutter herstellen kann. Dann muss man auch gar nicht zur alten Festung fahren. Ab der alten Festung. Ab Level 12 alte Festung. Sollte man schon so langsamer anfangen. Und Futtermische verwenden. Wenn man das nicht kann. Zurück in die Schule. Zurück zum Moskito-See. Bam. Zurück zum Windenbach. Denn an diesen Gewässern braucht man keine Futtermische. Kann man verwenden. Braucht man aber nicht zwingend. Für die meisten Fische, die man da fängt. So. 3,5 Kilo war das gerade. Auf. 3,5 Kilo. Auf. Fünfer Vorfach. Also sehr schön fein rein. Und dementsprechend ändere ich jetzt hier außen auch nochmal das Vorfach. Wir gehen nochmal feiner rein. Fluorocarbon. 5,4. Perlgraupe bleibt. Bremse wieder runter. Futtermische bleibt. Und gib ihm. Und so weiter und so weiter. Ja. Fängt schon gut an. Sieht auch schon gut aus. Positionierung. Haben wir noch gar nicht durch. Am Windenbach. Hier hinten. Die tiefe Stelle. In dem Bereich hier. Das da vorne ist glaube ich ein bisschen bekannter. Ich würde auch einfach hier die gesamte Area ein bisschen testen. Also nicht nur zwingend hier stehen. Sondern vielleicht auch einfach mal hier hinstellen. Hier hinstellen. Absolut möglich. Also wahrscheinlich geht die gesamte Area hier. Einfach mal testen. Wo hier am meisten geht. Vielleicht ist ja hier am Baum sogar noch mehr Action. und wie gesagt wichtig halt Nacht. Nacht ist das A und O. Da muss was gehen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd. Wenn jetzt gerade der Perlgraupe und Brei gar nicht funktioniert. Vertue ich mir natürlich jetzt hier oder vertrödele ich jetzt hier drauf ganz viel Möglichkeiten weitere Fische zu fangen. Ja manchmal so ein bisschen ranzuppeln. Es gibt immer wieder die Situation dass die Fische da irgendwie jetzt war es im Döbel alten dass die Fische da vor dem Köder stehen und die gucken sich den Köder an und die nübbeln an dem Köder rum und wenn man da mal nicht so ganz kurz hier mit Y ganz kurz ranzuppelt dann stehen die da und stehen da und stehen da und dieses ganz kurze Zuppeln führt manchmal oder häufig dazu dass wenn da ein Fisch ist dass der dann einfach zubeißt und abzieht. Es passiert aber auch wenn man da zu doll zieht dass dann der Fisch einfach abhaut. Klar. Dann zieht man ihm ja den Köder weg. Aber so dieses ganz kurze zack ganz kurz und dann auf einmal wo ist mein Köder? Und dann beißt der aber auch los. Guck mal hier auch auf Perlgraupe. Guck mal da. Aber es ist ein Döbel oder? Ist aber auch nicht schlecht. Also gar nicht verkehrt. Wenn hier auf Perlgraupe Döbel geht und man macht sich die Taschen voll mit Döbel sensationell sensationell billiger Köder super billiger Köder und ein ganz vernünftiger Fisch dann lübt das. Hier das nächste Ding auch wieder auf Quarkteig. Jawohl. Also kann man tatsächlich machen einfach mal schön hier die Nacht über mit den Teigen stehen. Alter, am Windenbach. Und es ist natürlich dann immer die Frage was ist gerade als Kaffeeauftrag drin? Das würde ich jetzt natürlich nicht machen wenn es gar nichts im Kaffeeauftrag gibt. Also wenn nichts in der Art ist Brassel, Döbel irgendwas in Richtung Friedfisch wenn die alle gar nicht im Kaffee drin sind naja dann muss man das nicht machen. Dafür ist am Windenbach genug in der Nacht zu tun. Don Kaulbarsch bringt super Cash der Kaulbarsch an für sich bringt auch super Cash man kann hier die Nacht über mit einem ollen Regenwurm super erfolgreich angeln. Da braucht man auch wirklich nicht hier auf Brasse gehen am Windenbach. Aber wenn man vielleicht eh das Setup schon irgendwie so zusammengebaut hat und man will einfach mal wieder ein bisschen Brasse kloppen naja warum dann nicht auch hier am Windenbach nebenbei noch ein bisschen Futter mischeskillen Küderbeschaffungsskillen und so weiter und dann alles was man hier so verdient direkt wieder in die Skillung reinballern. So so und so ähnlich sieht das aus das ist schon mal gar nicht verkehrt wir werden hier aber na ich guck mal jetzt haben wir gleich eine Viertelstunde um ich denke nicht dass wir hier so weit weit über 100 Silber die Stunde kommen vielleicht kommen wir maximal auf 200 Silber in dieser also halben Stunde in dieser einen Nacht ich glaube so wahnsinnig mehr wird das nicht na es sind ein paar schöne Brocken noch dabei gucken wir mal vielleicht geht sogar noch irgendwann eine Trophy rein na guck also hier auf feinem Setup deutlich die besseren Brocken klar anstrengender aber man sieht die deutlich größeren Fische auf feinerem Vorfach das ist doch gar nicht so schlecht so wir gucken jetzt gerade nochmal eben was das Ganze denn hier so gebracht hat es ist ja nicht weit weg von der Base klar man muss warten bis es richtig dunkel ist da waren es bei mir die ersten 5 Minuten habt ihr ja direkt gesehen da waren solange es hell ist nur die kleinen Brassen also das lohnt sich da nicht es muss dunkel sein und dann geht es auch los mit der Brasse so jetzt gucken wir gerade mal eben rein was das denn so bringt was das denn so bringt die Ollenbrassen von bis natürlich als erstes ins Café schauen das machen wir als allererstes immer Kaffeeaufträge Brasse ist drin 4 mal 1 Kilo und wir haben richtig viele mit 4 mal 1 Kilo also die nehmen wir alle mit 1 2 3 4 haben wir schon mal 50 Silber im Sack hervorragend und dann gucken wir hier nochmal rein nach Preisen sortieren 10 Silber 7 Silber 6 Silber also ihr seht das lohnt sich hier sind die mit 1 Kilo ungefähr 1,2 Kilo die bringen dann schon so um die 3 Silber 3 Silber 50 das ist doch auch schon mal ganz okay und dann die kleineren unmaßigen naja die bringen es dann halt wirklich nicht mehr hier kann man dann wenn man schon soweit ist richtig gut Fischfetzen produzieren weil alles unmaßig aber eben alles über 500 Gramm und die brauchen wir eben für Fischfetzen und die lohnen sich einfach kohlemäßig nicht die Busse nicht mehr verkaufen alles was unmaßig ist zack in eine Tonne kloppen beziehungsweise halt zu Fischfetzen verarbeiten fürs Aalangeln dann an der alten Festung oder für Quappe und was auch geil ist gerade schon gesagt der Döbel auch gar nicht so schlecht ist ungefähr in der Preislage hier von der Brasse aber viel kleiner heißt also auch wenn ihr dann auf einmal an der Stelle ganz viele Döbel fangt super nehmen wir doch alle mit die Döbel bringen gut Cash also in Gänze hier mit dem kleinen Scheiß jetzt hier nochmal 50 sind ja jetzt auch noch nicht so viele Fische in 15 Minuten aber immerhin ein Kaffeeauftrag mit 50 plus jetzt hier den Cash sind wir also bei über 100 Silber jetzt in 15 Minuten jetzt schnell wieder zum Spot weiter rausziehen Gas geben guck mal hier Don Kaulbasch wurde gerade schon wieder gefangen sensationell fettes GZ ja ich ziehe jetzt hier weiter die Trophies raus oder ich hoffe auf Trophies Trophy Brasse das wäre nicht so schlecht schön mit dem großen Einserhaken und Quarkteich Petri wenn es geholfen hat Daumen da lassen Kanal abonnieren nicht vergessen das hilft mir und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch und YouTube immer gleichzeitig ab 19 Uhr Petri bis 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 zum nächsten Mal.